Kapitel 13 In the Shadows Venom kauerte er auf dem Steinboden, versuchte sein Gegenüber standhaft anzusehen, doch das war ihm nicht mehr wirklich möglich. Seine Augen schmerzten durch den plötzlichen Wechsel von Dunkelheit ins Licht, obwohl es hier noch nicht einmal wirklich hell war, jedoch heller wie die Umgebung, in der er sich bis vor einer halben Stunde noch befunden hatte, bevor man ihn vollkommen überraschend befreit hatte. Damit hatte er nicht gerechnet. Damit, dass sie ihn sterben lassen würden, dass sie ihn gegebenenfalls töten würden, bevor er an den Hohen Rat übergeben wurde und sprechen konnte, aber niemals, dass sie ihn befreien würden. War er wirklich so wichtig? War er so wichtig für den Meister, dass er dafür das Leben anderer Todesser gefährdete? Das kostbare Leben von Spionen, denn es musste sich um einen Spion gehandelt haben, sonst wäre er niemals so einfach zu ihm durchgedrungen. Offensichtlich war er das. Doch warum? »Hörst du mir etwas zu sagen, junger Malfoy?« Klirrte die unmenschliche Stimme seines elenden Meisters schließlich. Draco zog raschelnd die Luft ein, seine Lunge verkrampfte sich schmerzhaft. »Junger Malfoy, ich bin stolz auf dich, auf dich und deine Männer. Ihr habt mir eure Treue wieder einmal maßlos bewiesen.« Klirrte die schmerzende Stimme kalt in seinen Ohren. Ebenso heftig atmete er wieder aus, blickte auf. Er hatte nicht einmal registriert, dass er sich abgewandt hatte. Doch er lächelte. »Es war uns eine Ehre, mein Lord.« Die kalten Augen musterten durchdringend. In seinem Kopf raste es, brannte es wie Buschfeuer, was mit jeder weiteren Erinnerung, die an die Oberfläche zu gelangen schien, stärker und heißer wurde. »Junger Malfoy, ich spreche mit dir,« zischte er kalt. »Treue. Was wusste dieses Ding schon von Treue?« »Er würde ihn verraten. Er würde sie alle verraten. Er hatte es schon oft getan und er würde es wieder tun. Schon bald.« Er zog ein weiteres Mal zwischen die Luft ein. Sein Schädel drohte unter der Last zu zerbärsten. Seine Hände zitterten, doch er wagte nicht, sie schützend an die Schräfen zu legen. Schütter heilten hinter ihm auf. Arme legten sich um seine Schultern. Dann ertönte die Stimme seines Vaters. »Mein Lord, lasst ihn mich mit nach Hause bringen. Er ist am Ende.« Voldemort schnaubte verächtlich auf. »Er ist ein Todesser, Lucius. Kein kleines Kind mehr,« zischte er. »Also, mein Junge, ich habe dich etwas gefragt,« setzte er schmetternd hinzu. Seine Augen trinnten. Sein Kopf schien zum Zerbersten nahe zu sein, doch er ließ nicht von dem Gedanken ab, hielt den Fetzen der Erinnerung fest, welche noch vorhanden war. Er hatte ihn verraten. Hatte ihn verabscheut. »Nein, mein Lord,« antwortete er schließlich. »Bist du dir da sicher?«, zischte Voldemort ein weiteres Mal. Seine Stimme klang eindeutig zornig. »Jawohl, mein Lord,« hauchte er monoton. Seine Stimme klang eiskalt. Sein Kopf fühlte sich merkwürdig leicht an. Der Schmerz war nur noch ein dumpfes Pochen, und er konnte es spüren, den Hass, die Verabscheuung, die Verachtung. Dann kehrte der Schmerz zurück, heftiger als zuvor, und er hatte Mühe, nicht nach vorne über zu kippen. »Bring ihn heim, Lucius,« klärte die verhasste Stimme leise. Hermione kauerte immer noch benommen in Dumbledores Stuhl vor seinem Schreibtisch in seinem Büro. Ihr Blick war starr an die Wand gerichtet. Sie nahm nichts mehr wahr. Nicht das leise Ticken der Wanduhr, nicht das gleichmäßige Klappern von Moody's Holzstumpf, während er wie ein Tiger durch den Raum hetzte, oder das leise Wispern von Harry und ihrem ehemaligen Headmaster. Sie hatte ihn nicht nur verraten, sie hatte ihn mit ihrer Dummheit dem Feind übergeben. Dumbledore hatte Recht. Sie war dumm gewesen. Sehr dumm. Doch was hätte sie anderes tun können? Hätte sie ihn allein lassen sollen? Ihm den sicheren Tod überlassen sollen? Dem Tod, dessen Urteil sie nun mit ihren Handeln unterschrieben hatte? Sie legte die zitternde Hand vor ihr Gesicht. Ihre Augen schmerzten. Es war da nun irgendwo in den Tiefen der Kerker streng bewacht. Bald würden sie kommen und ihn holen. Und es war alles ihre Schuld. Ohne sie. Wer kann nicht erst hier gewesen? Er hätte sich niemals in sie verliebt. Wäre niemals aufgeflogen. Und es gäbe diesen Fluch nicht, der sein Leben zerstört hatte. Das Aufschlagen der Tür nahm sie erst wirklich wahr, als diese umso lauter zuschlug. Schleichend langsam riss er sich aus der Trasse los, wandte sich im Stuhl um. Ihr ehemaliger Professor für Zaubertränke standen mitten im Zimmer. Sein blasses Gesicht war rot und seine dunklen Augen sprühten vor Zorn, während seine Brust sich unter seiner Roben hastig hob und wieder senkte. Er meinte runzelte verwundert die Stirn. Was ging hier vor? Miss Granger, bitte sagen Sie mir, dass Sie damit nichts zu tun hatten! Grechzte er immer noch außer Atem. Sie schlürte den Kopf. Womit? fragte sie heiser. Snails Augen weiteten sich einen Moment, dann schien sich sein Gesichtsausdruck etwas zu entspannen, während er jedem von ihnen einen kurzen Blick schenkte. Mit Draco Mephoys Flucht! sagte er dann tonlos. Ihr Herz blieb für einige Sekunden stehen. Dann setzte er es schlagartig wieder ein. Die Türen schlossen sich, ließen ihn mit seinen treuen Dienern allein zurück, während Lucius Mephoys diese Plage seines tüstigen und besten Mann aus seinen Augen schaffte. Er hatte gewusst, dieser Junge würde sein Triumph oder sein Verderben sein. Jedoch hatte er nicht mit einer so widerspenstigen Seele gerechnet. Peter! Magnus! Beatrix! zischte er leise, ohne die Angesprochenen anzusehen. Jawohl, mein Lord! antworteten sie alle, wie aus einem Mund. Verschwindet! brachte er leise hervor und unterstützte es mit einer einfachen Handbewegung. Die angesprochenen, alles treue Anhänger folgten augenblicklich seinem Befehl. Warum konnte es nicht immer so sein? Warum gab es immer wieder törichte Menschen, die sich widersetzten? So wie Sarah Snape oder James Potter. Menschen, die lieber gestorben wären oder es sind, anstatt die Augen zu öffnen. Der eine hatte ihn verraten, der andere liebte ein Schlammblut. Und nun gab es da einen, der tat beides. Wie weit würde es noch kommen? Erneut schlossen sich die Türen. Er atmete zischend aus. Seine Augen wanderten eine Ecke, verborgen im Schatten des Gemäuers. Meine Liebe, sagte er beinahe sanft, jedoch nur beinahe. Es gab tatsächlich noch Menschen, Zauberer, die die Augen geöffnet hatten. Im Schatten regte es sich. Eine schmale, zierliche Gestalt löste sich von ihm ab und trat direkt in sein Blickfeld. Meister, gab sie ehrfürchtig zurück und verbeugte sich tief. Du hast gute Arbeit geleistet. Es war mir eine Ehre. Hat man dich gesehen? Die, die mich sahen, sind tot, Meister. Er nickte zufrieden, deutete er an, sich wieder aufzurichten, damit er ihr ins Gesicht sehen konnte. Sehr gut, meine treue Anhängerin. Sie nickte lächelnd und verbeugte sich erneut. Sag mir, meine Liebe, war dieses Mädchen bei ihm? Sischte er schließlich schroff. Sie zuckte deutlich zusammen. Ich fürchte ja, mein Lord. Er schlug leise fluchend auf die Armlehne seines Thrones ein. Das Holz ächtzte leise. Das war also der Grund. Er schien sich zu erinnern, wenn auch nur spärlich und schwach. Doch er hatte es in seinen Augen gesehen. Sie waren wie Fenster zu seiner Seele. Und des Öfteren hatte er sie im Inneren des Jungen toben sehen. Verhalte ihnen das Mädchen im Auge, hochte er schließlich bestimmt. Das Mädchen verbeugte sich ein weiteres Mal tief. Jawohl, Meister, sagte sie dann fest. blickte ihn erwartungsvoll an. Und ich möchte über alles informiert werden, was auch nur annähernd auffällig ist. Wieder nickte sie. Dann deutete er mit einer Handbewegung an, wieder zu verschwinden. Und sie kehrte augenblicklich zurück in den Schutz des Schatten. Fassungslos starrte sie ihn an. Seine Augen musterten sie fragend-forschend. Professor, wir haben wirklich nichts damit zu tun, warf nun Harry ein und warf ihr ein strafenden Blick zu. Haben wir doch nicht. Oder, meine? zerstörte er dann leise. Einen Moment starrte sie verwirrt an. Snapes Worte waren noch immer nicht zu ihr durchgedrungen. Er war fort? Wirklich fort? In Sicherheit? Oder wie auch immer man das nennen konnte? Sie atmete einerseits erleichtert, andererseits enttäuscht aus. Er war fort. In Sicherheit. Wenigstens vorläufig. Aber er war wieder fort. Nein, haben wir natürlich nicht! gab sie empört zurück. Moody's Augen fixierten sie eindringlich, ebenso Snapes. Harry starrte leicht verwirr ins Leere. Offenbar spielte er die gesamte Szene von vorhin noch einmal vor seinen inneren Augen ab, ob er etwas Wichtiges übersehen hatte. Unsere Verräter, sagte Dumbledore schließlich leise. Der Meister der Zaubertränke blickte den Älteren irritiert an, bevor er zu begreifen schien. Wir haben dennoch ein Problem, knurrte Moody schließlich, während sein magisches Auge heftig zur Tür umschwenkte. Wenige Sekunden später schlug dieses Geräusch voll auf, schlug beinahe den jungen schwarzen Haarigen nieder, der gerade eben noch direkt dahinter gestanden hatte und ein äußerst wütender Pierre Laffat stürmte in den Raum. Ich lasse mich nicht von Ihnen zum Narren alten, schrie er nun fast und sein Blick lag deutlich auf Harry, welcher sich Gedanken verloren die Schulter rieb, an der ihn gerade eben die Tür getroffen hatte. Pierre, es war, begann Severus Snape leise, fast beschwichtigen, doch der Alte fiel ihm sofort wieder ins Wort. Eilten Sie den Mund, Severus, zischte er nun bedrohlich leise, rieß dann von ihrem ehemaligen Zaubertränkelehrer ab und schritt ein paar Schritte auf sie zu. Sie regte sich nicht, kauerte weiterhin auf Dumbledores Stuhl vor dem Schreibtisch. Ihr Herz pochte bis zum Hals. Und Sie, meine Liebe, Sie werden ich im Auge behalten, koste es, was es wollte, fügte er sie fiesand grinsend hinzu. Wir haben nichts damit zu tun, zischte Harry nun wütend und war ebenfalls an die beiden herangetreten. Der junge Mann übertrümpfte den Alten zwar um einige Zentimeter in der Körpergröße, doch es ließ ihn keineswegs bedrohlich wirken. Ich lege meine Hand für diese beiden jungen Menschen ins Feuer, Pierre, alter Freund. Sie haben nichts mit dieser dummen Sache zu tun und ich schwöre Ihnen, wir werden ihn den Schuldigen finden, meldete sich nun Dumbledore zu Wort. Der Franzose schnaubte gekünstelt lachend auf und warf leicht den Kopf in den Nacken. Sicher werden Sie das, zischte er spürtisch und funkelte den Schuldleiter kalt an. Wie schon gesagt, ich beeilte sie im Auge, fügte er erneut hinzu, blickte kurz vor ihr zu ihrem besten Freund, welcher immer noch mit straffen Schultern neben ihm stand. Sie beide. Mit diesen Worten wirbelte er herum und schlug die Tür schmetternd hinter sich zu. Seine Schritte heilten über den gesamten Flur. Modi ächste leise auf. Ja, wir haben ein Problem, sagte er dann ironisch grinsend, was bei ihm wie immer erschreckend aussah. Vielen Dank.